Das Komitat Torda Aranjos war eine historische Verwaltungseinheit im Königreich Ungarn. Geografie, es umfasste etwa 3500 Quadratkilometer, wurde vom Aranjos und seine Nebenflüssen bewässert. War besonders im Westen durch Ausläufer des Biha-Gebirges sehr gebirgig. Es grenzte im Südwesten an das Komitat Arot, im Nordwesten an das Komitat Biha, im Norden an das Komitat Klausenburg. Im Osten an das Komitat Maros Torda, im Südosten an das Komitat Klein-Kokelburg. Im Süden an das Komitat Unterweißenburg und im Südwesten an das Komitat Hunjad. 1881 hatte es 137.031 ungarische und rumänische Einwohner, die Maisberg- und Ackerbau, Viehzucht und Holzhandel betrieben. Torda Aranjos war reich an Edelmetallen und Mineralschätzen und wurde von einer Linie der ungarischen Staatsbahn durchzogen. Sitz des Komitats war Torda. Geschichte Das Komitat Torda Aranjos entstand 1876 durch den Zusammenschluss des Zicklerstuhls Aranjos-Zeg mit Teilen des Komitats Torda. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 kam das Gebiet durch den Vertrag von Trianon zu Rumänien und liegt heute in den Kreisen Cluj, Alba sowie Muresch-Bezirksunterteilung. Das Komitat bestand im frühen 20. Jahrhundert aus folgenden Stuhlbezirken. Alle genannten Orte liegen im heutigen Rumänien.